USA meets Germany USA meets Germany, der Chor der Norfolk Academy tritt zusammen mit dem Schulorchester des Lüninger Kopernikus Gymnasiums auf. Unsere Schülerinnen und Schüler von unserer Schule sind die Orchesterspieler und gleichzeitig der Chor-Part wurde von den Amerikanern übergenommen. So konnte also dementsprechend auch der Chor sich in Amerika schon auf dieses Projekt vorbereiten. Und wir mussten es am Ende nur noch zusammenführen. Das hat natürlich die ganze Arbeit extremst erleichtert. Man kann es bemerken, dass dieses Bewusstsein der Schüler und die Freundschaften, die aufbauen werden, die sind wirklich, wirklich gut. Und sie dauern. Es ist nicht, dass wir fliegen zurück und wir vergessen alles, was wir getan haben. Es ist das Gegenteil. Die Erinnerungen und die Freundschaften bleiben, denn es muss weitergehen. Dahinter steckt ein Schüleraustausch. Seit 50 Jahren bereits gibt es zwischen den beiden Schulen diese Partnerschaft. Mal fahren Lüninger Schülerinnen und Schüler nach Norfolk, heute kommt der US-Corp nach Lüningen. Die Zusammenarbeit mit dem Lüninger Gymnasium ist außergewöhnlich gut. Das machen wir bereits seit Jahren so, natürlich unterbrochen durch die Corona-Pandemie. Das Wichtigste ist es, die Kinder und die Familien beiderseits des Ozeans zusammenzubringen. Wir haben zum Beispiel jeden Tag eine Schulversammlung, wo die Schüler dann auch Reden halten müssen. Das haben wir zum Teil halt übernommen, nicht in der Form, dass unsere Schüler Reden halten müssen, sondern dass wir die einmal im Monat zum Beispiel zusammenholen und dass wir dann besondere Ehrungen vornehmen, wenn Wettkämpfe stattgefunden haben oder besonders gute Leistungen hervorzuheben sind. Solche Sachen übernehmen wir. Gutes von anderen abschauen, von ihnen lernen, ja, transatlantische Freundschaften schließen, das bedeutet Partnerschaft. Mit dem Boot der Landkreis Kloppenburg, der den musischen Trakt des Gymnasiums mitfinanzierte. Ich mag Lüningen sehr. Ich war schon letztes Jahr hier. Das ist anders als bei uns. Lüningen ist so ein ruhiges, angenehmes Städtchen. Hier ist es friedlich, alles ist einfach schön hier. Ich liebe es, in Deutschland zu sein. Ich war auch als Austauschschüler schon an der Norfolk Academy und erkannte deswegen schon ein paar von den Leuten aus dem Chor. Und es ist einfach super, alte Freunde wiederzutreffen, neue Freunde kennenzulernen und einfach viel Zeit jetzt mit denen zu verbringen. Und wir werden sie sehr vermissen, wenn sie weg sind. Das Tolle an Partnerschaften? Die gegenseitigen Besuche gehen natürlich weiter. Auf die nächsten 50 Jahre. Applaus Vielen Dank. Applaus